hallo youtube support sehen wir dies ist ein video von mir jetzt ist ein anderes bild aber ja ist das normal hier man kann hier auf play klicken oder alles in ordnung oder kann man den titel erkennen tablet black view 14.9.23 12 stunden von staatsinformationen tier oder prax was ist los ist das normal oder erstmalig so in der sicht ist das youtube oder was ist hier los einstellungen 240 sieht man es okay der geht nicht aber ich habe die viel jetzt haben wir mal gehen wir mal auf ein anderes video gehen wir mal hier jetzt geht es auch nicht oder ist es so tour werbung jetzt wieder oder auch das geht oder immer vor das hat noch nicht geladen macht da jetzt gehen wir wieder hey habt ihr die verzögerung gemerkt aber ja gehen wir hierher und hier sieht man das so war hier lichthaus stimmte etwas nicht oder was ist hier los und wer hat eine erklärung noch play oder hat es wird den youtube support geschickt ich meine youtube nicht geantwortet weil auch über 1000 videos gelöscht wurden von staatsinformationen aber ja video ist beendet